DW Deutsch lernen, Deutsch-Trainer Listen and repeat Vegetable, vegetables Das Gemüse Cucumber Die Gurke I would like to buy two cucumbers. Tomato Onion One kilo of onions, please. Ein Kilo Zwiebeln, bitte. Pepper Die Paprika Carrot Die Möhre Cabbage Der Kohl Broccoli Der Broccoli Lettuce Salad Der Salat Spinach Der Spinat Radish Radish Das Radieschen I would like a bunch of radishes, please. Ich hätte gerne einen Bund Radieschen, bitte. Eggplant Die Aubergine Die Aubergine Potato Die Kartoffel DW Deutsch lernen Deutsch-Trainer Mehr auf dw.com Slash Deutsch-Trainer Das Radieschen DW Hoch-RAS DW 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 Vielen Dank.